Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise ja doch zu einer neuen Folge Minecraft, so wie ich auf dem GOMA die Punkt nie zu erwähnen. Und ja, ich muss heute hier versammelt, natürlich um in der Minecraft zu spielen. Und das ist jetzt das erste Video seit langem, wo es richtig abgeht. Oh. Zombie. Zombie. Vielen Dank. bargoppeln und provisionsieren. Du gehst dann immer wieder auf dem Herzen spielen. Das prime instituten hat sich leider auch nur gehalten werden. Zuh. um wir müssen im so zu halten ich hab's nicht mehr ich hab's nicht mehr so zumindest kommt ich da nicht mehr so gut hin Irgendwie legt das bei mir grad total rum. Ja, Sorge, komm, komm, sieh sie hier. Ja, Loi, mit mir ist es voll rum. Ja, Loi, wieso kann ich den nicht schlagen? Ach, jetzt auf einmal. Ja, Loi, bei mir liegt das wohl rum. Hä, geh doch vernünftig dann mal. Ja, Loi, jetzt legst du einfach so richtig bei mir rum. Ey, ich kann das da nicht reintun. Danke. Alter. Endlich. So, das war's von dieser Runde der Zombies und ich hoffe, dass es euch gefallen und damit sage ich Tschö. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.